Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei unserem Pelser Stammdisch. Servus. Und zwar haben wir euch heute ein kulinarisches Thema mitgebracht. Und zwar das Thema Restaurant-Umfehlungen oder Bewertungen bei uns in der Umgebung. Gastronomie, generell das Thema, geht mal gerne essen, isst mal lieber zu Hause, wie sieht's aus. Die Schalzer, also unser Mannheimer Local, Jessi und ich, hier in der Pfalz unterwegs. Genau. Die Jessal hat hier jetzt schon geil beim Domino sich was heute bestellt. Da läuft mir schon das Wassermund zusammen, ich bin nämlich im Kleiner ein. Ich esse es später. Nee, aber das war halt heute mein erstes Essen, weißt du, ich hab's heute Mittag hier geguckt, da steht noch mein Kaffee. Ja, ja. In die neue Tasse. Uh. Ja, also, wir können ja aber direkt mal mit Pizza-Lieferant anfangen, es ist schon mal nicht schlecht. Jessnan, du kannst schon mal deine Meinung zum Domino sagen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, der Domino, das ist einfach meine Rettung immer. Das ist wirklich der, also ich sag's auch so, wie's ist, weil es ist mir auch alles zu teuer und mit zu viel Liefergebühr und am Mindestbestellwert 20 Euro und so ist es ja mittlerweile teilweise. Das geht halt bei mir nicht, ne? Ich bestelle mir meistens, wenn ich alleine bin, wie gesagt, dann bestelle ich mir hier so eine Box, da ist so eine Mini-Pizza drin und noch so zwei, drei andere Sachen. Und, äh, bei Domino ist halt einfach cool, weil du hast da keinen Mindestbestellwert. Und wenn, was ich schon gesehen hab, dann sind's 10 Euro und das krieg ich als einzelne Person immer mal schnell voll, weil so 10, 11, 12 Euro musst du immer rechnen. Weil ich bin ja auch so jemand, ich bestelle dann zum Beispiel die Pizzaschnecken und die Käsetaler oder sowas. Also ich mag das ja auch ein bisschen verschieden, deswegen diese Box, die die da erfunden haben mit Pizza, Käsetaler und Rutschi-Sticks, aber du kannst die jetzt so ein bisschen selber mischen, ist da eigentlich ziemlich cool. Und es ist echt, wenn ich keinen Bock hab, ist das wirklich so mein Retter in der Not. Wobei, geschmacklich ist es für mich immer gut, außer manchmal diese Pizza-Schnecken da, die sind nicht immer, kommt drauf an, wenn er gerade nicht hat, dann sind die genau nicht so ganz durchgebacken. Und dann, oh, dann krieg ich das nur so, also in meiner Sprache, Bauchweh, in dem Palz vielleicht. Wie sagt man das dazu? Ranzeschmerzen, oder nicht? Ranzeschpannen. Ranzeschpannen, genau. Also, ja, nee, also wie gesagt, da hab ich dann immer so ein bisschen Bauchweh, weil ich das dann nicht so ganz vertrag. Aber jetzt hier zum Beispiel, die sieht schon gut aus, die ist relativ durchgebacken. Die Pizza hab ich eigentlich noch nie so Probleme gehabt. Wenn, dann ist es immer nur bei deiner Schnecken Nudel, Jadot. Aber wie gesagt, das ist einfach in meinem, weil der ist nicht so teuer. Und als Single, also ich bin jetzt kein Single, aber über ein paar Tage bin ich jetzt Kurt Talent. Du isst das dann immer ganz, du isst das dann im Mohl jetzt ganz praktisch. Also, weil heute war ich irgendwie so ein Da, ich halt wirklich, ich hab's vergessen zu kochen. Also, was heißt vergesse, aber ich war hier voll gestresst. Dann hab ich da ganz rechtlich oben telefoniert so wirklich. Und dann hab ich jetzt gedacht, mach ich hier ein Meeting, dann muss ich noch so was Schnelles zum Beise haben. Also, ich kenn Domino's von unserer Studiezeit in Saarbrücke. Aber ich mein, dass das früher Joy's Pizza hieß, kann das sein? Ja, 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 Joy's Pizza. Und, ähm, aber Domino war schon in Saarbrücke. Und als ich im Oste war, da gab's auch in Jena und in Geran Domino's. Aber ich muss sagen, die Qualität war nicht bei jedem gut. Ja. Also, es kam drauf an, wo du's bestellt hast. Und ich weiß auch, wir haben auch immer diese Pizzaschnecke bestellt mit Knoblauchdipp, glaub ich. Oder Aioli, glaub's, gibt's da? Nee, ich glaub, der Knoblauchdipp war besser wie das Aioli, zumindest dort. Mhm. Ähm, und Pizza weiß ich gar nicht, welche mir du bestellst. Ich glaub, der Dommer hat immer mit Pilze bestellt oder so. Oh, die ist geil, die ess ich auch gern, die Pizza Fungi. Weil das ist Pilze, Käse, aber die machen viel Käse drauf. Und dann kommt ja noch mal so ein Kringel oder zwei Pesto. Ja, genau. Und das ist so geil, die ess ich auch voll gern. Aber man kann, glaub ich, auch mit Käse im Rand bestellen bei denen, oder? Nimi. Nimi. Okay, früher konnten wir das. Das war geil. Ah, doch, doch, kann sein, dass es das noch gibt. Aber ich glaub, das gibt's erst ab Mittel oder Groß. Groß, genau. Und wenn ich mir bestell, dann bestell ich meistens entweder Klai oder diese Box. So ist es noch ein Tick kleiner. Ja, also wir hatten das immer. Und ich glaub, süß gibt's so nett. Ach, so süße Schnecke mit Simt oder sowas. Wie ist es jetzt gar nicht mehr? Früher gab's doch so Bread, ja, Cinnamon Bread. Ja. Mit Ice Frosting oder so. Ja, genau. Aber gut, das ändern die ja stetig. Kann ja sein, dass die so süße Zimtschnecke hatten. Das kann schon sein, ja. Also ich muss sagen, ich fand das auch immer ganz cool, so manchmal zu bestellen. Also es ist halt eine typische amerikanische Pizza. Es hat so mit italienischer Pizza, find ich, nix zu tun. Also gar nix. Deswegen war's aber halt nur Abwechslung, weil's das halt jetzt bei uns hier nicht gibt, find ich. Ja. Also ich bin da früher immer gerne in die Pizza Hut gegangen. Äh, wobei ich sagen muss, bei dem ist mir die Tomatensauce so süß. Das mag ich net so. Aber ich mag dann ihr Salatbuffet. Und ich mag natürlich mit Käse im Rand, Cheesy Crust, find ich geil. Wo er Pizza Hut hat. Und beim Pizza Hut, und ich find beim Pizza Hut geil, du gibst so einen warmen Keksteig mit Eis, kannst du nur bestellen. Weil nämlich in Saarbrücke gab's auch einen Pizza Hut. Und do haben wir dann auch mal bestellt, aber zum Abholen, ne. Die haben net geliefert. Ja, das wollte man doch mal zusammen essen, Jenny. Aber ich glaub, das gab's doch hier in meinem Netz. Ja, ja, genau. Weil ich hab das bis dato noch net gegessen. Jetzt, wo du sagst, ich sag das, da muss ich unbedingt mal vorbei, weil. Mhm. Also ja. Geht immer. Also was halt auch noch geil ist, beim Domino's, du bestellst, also das hab ich jetzt heute net mitbestellt, sonst würde ich's mir kurz zeigen, aber ich hatte jetzt nix Süßes mitbestellt. Normalerweise, du gibst so Churros. Mhm. Aber das sind net so die typische, die man so kennt, sondern die sind so ein bisschen dicker. Halt auch wieder, wie du sagst, so typisch American Style. Und dann händ die so Schokolade, die Schokolade ist inne drin. Und wenn du, aber die ist halt voll fettig, ne. Aber es schmeckt net so wie dieses, äh, Churros ist spanisch oder mexikanisch, ne. Spanisch, ja. Spanisch, also so schmeckt's net jetzt jetzt, weil die schmecken hier so zimtig auch manchmal und die sind ja dünner. Mhm. Die sind halt wirklich so dick und inne drin ist die Schokolade. Und die kann man zum Beispiel auch in der Box bestellen, aber muss ich 1,50 Euro drauf bezahlen. Mhm. Das kostet noch extra Gebühr und ich nehm immer nur das, was man gerade kriegt. Also wenn ich was mit im Preis und ohne Aufpreis. Aber ich hab dann auch schon, weil ich seh's net eutra, äh, so jetzt für die blöde Churros, so jetzt noch was zu bezahlen. Ja. Also manchmal mach ich's dann auch so, ich bestell die Churros extra oder die Henna so geil, so kleine Cakes und dann gibt's so manchmal, ähm, hänse auch net immer, ist oft weg. Äh, wie hieß das, so American Cheesecake? Mhm, ja, sag ich auch schon. Und du hast halt ohne dieser Bote, ne, aber alles halt in Mini gemacht und ob es so Crumble, also einfach nur der Keksteig nochmal ob und drüber gestreut. Aber das esse ich so gern und weil es so Clare-Toucher ist, wunderbar. Ja, das stimmt. Aber das hab ich jetzt heut net mitbestellt, wie gesagt, sonst würde ich's nur zeigen. Aber so Domino's ist echt der Retter, hier in meinem, für mich persönlich, weil wie gesagt, okay, äh, Mindestbestellwert und die Liefergebühr, glaub ich. Warte. Also ich mein, bei uns, Jessie, wie viele Lieferdienste haben wir? Ich kenn nur den Fliegenden. Und, äh, Milano. Ja, genau, kenn ich bei Gebühr. Aber so ein Charmeekener, oder? Ja. Ja, aber bei uns, Jenny, die... Hat auch diese, äh, du, ähm, an der Martinskerch diese Pizza Drive oder was weiß ich, was es so ist. Ja, aber will man das? Das kenn ich gar nicht. Keine Ahnung, weil die gibt's aber schon ewig. Und dann gibt's noch so ein, wo früher ist Evas Apfel, warte im Burger-Lade, du. Liefern die auch? Ich glaub, ja. Echt? Mhm. Die kenn ich gar nicht im Burger-Lade. Ja. Ja. Ja, also ich muss sagen, egal wie's ist, die Best-Pizza macht immer noch der Vido. Ja. Ich glaub, da sind wir uns alle einig. Ja. Auf jeden Fall. Aber der liefert ja nicht, der hat ja seine Pizza-Wage. Ich mein, klar, da kann man sich Donnerstags holen, da steht ja immer in Grünstadt beim Christmann. Und der hat dann halt immer so drei Varianten. Das find ich auch nicht schlecht. Aber tatsächlich, wenn wir mal bestellen, dann halt weck ich beim Fliegende, weil, keine Ahnung, woanders kann ich echt nicht bestellen. Aber ich find halt immer so arstrengend, dass das immer so ein Überraschungspaket ist. Weißt du, also wir sagen immer mit dünnem Teig und gut gebacken. Aber trotzdem, also jetzt hat er, glaub ich, so Pizza-Straße, gell, Jessi? Ja. Wenn er so durchfährt, also Dommer hat das Mo gesagt, also jetzt kann der das gar nicht mehr anders da machen. Aber früher war das immer so, Mo war so gut, Mo war so schlecht. Also es kam immer drauf an und das war halt nervig. Weil manchmal hat die ja auch gar nicht geschmeckt. Aber wir haben jetzt schon, ja, wir haben das Letztes Bayer schon zweimal bestellt gehabt und da hatte ich mir wieder Pizza bestellt, die ist jetzt wieder besser. Also die ist nämlich so blass und auch gut gebackt jetzt wieder. Ja? Ja. Ja, ich mag das auch, wenn das ein bisschen braun ist, auch ob der Käse kann ruhig an manchen Stellen so ein bisschen braun sein. Ja, die ist jetzt wieder so. Ja. Also ich muss euch ehrlich sagen, weil mir das manchmal gar nicht schmeckt. Und ich mein, gut, also, ach Gott, wenn wir drei, vier Mal im Jahr bestellen, ist viel. Aber ich muss sagen, da bin ich echt so der Typ, der sagt, komm, ich hol mal lieber so gefroren die Pizza, wenn es mir schnell gehen muss. so Steinofen, ich mag nur Steinofen-Pizza von Wagner und schieb mir die schnell rein, anstelle, dass ich mal was bestelle. Weil du weißt, wenn ich wenigstens, wie sie schmeckt. Das kann man natürlich mit einer frischen Pizza vom Italiener nicht vergleichen. Aber ich weiß halt, was ich hab. Ich hab nicht so dieses Überraschungseffekt. Und ich hab halt, wie du sagst, diesen Mindestbestellwert nicht. Weil bei uns, glaub ich, ist Mindestbestellwert 10 Euro, Jessie, oder? Genau, 10 Euro. Ja, mit zwei Personen kommst du immer drüber, aber, weißt du nicht, wenn die Steine oben in der Werbung ist. Ja, aber ich bin halt krass, ne? Zum Beispiel, du willst ja da zum Beispiel, weil, ich mein, ihr müsst euch ja vorstellen, wenn ihr Lieferanten ausschaltet, da ist nix. Nee. Vielleicht D, oder wenn überhaupt. Ja. Wenn ich Lieferanten ausschalte, sind da 100 Jobs. Ja. Und der Witz ist aber, wie gesagt, also ich hab überall ne Gebühr von 3,50 Euro teilweise, Liefergebühr. Dann kommen die, und ich seh die mit dem Fahrrädel vor mir. Sorry, also, ist mir auch scheißegal, ob die E-Bike kennen oder nicht. Also ist hier ein Witz, 3,50 Euro. Weil der Witz ist zum Beispiel, vom Domino zu mir sind's Luftlinie 2 Minuten. Ja. Also, weißt du, der fahrt die Straße entlang am Wasserturm vorbei und ich seh, oh, also weißt du, dass ich überhaupt ne Liefergebühr habe, das finde ich schon frech. Ja. Aber dann 3 Euro, also bei denen warst du jetzt nicht. Aber es war mo' Zeitlang, war das mo' echt ganz frech teilweise. Oder wie gesagt, wenn ich beim Mäckes bestelle, ah, Mindestbestellwert 15, 15 Euro oder so, ich müsste jetzt lieben, deswegen kann ich das jetzt nicht ganz genau sagen. Und dann halt gleich, zack, diese Liefergebühr drauf. Aber ich muss ehrlich sagen, also, zu Mäckes und Burger gehen kannst du sowieso nicht mehr gehen. Weil das ist jo, also du zahlst jo bald mehr wie im Restaurant. Ja. Ist jo abartig. Kann jo gleich mal ich doch, ich dir dazu noch erzähle. Ich muss ne Kader kurz rollen. Ja. Also ohne Coupons kannst du jo gar net bestellen oder gar net irgendwie was holen, das ist jo pervers. Also ich meine, ich muss dazu sagen, wir sind jo wirklich, also ich mag das jo gar net, du diesen Burgerkram und so. Aber, das ist jo verrückt. Ja, bestellen ja nur ab und zu, wir haben letztens sogar selber gemacht, weil die sind wie IC. Bezahlen die zu zweit bald 40 Euro. Ja. Ah ja, wenn du das und das noch, du Goodie, du noch das, dazu bestellst, bezahlst du 40 Euro, dann geh ich lieber, entweder A, mach ich lieber selber Burger, dann kann ich zweit auch davon essen. Ja. Oder ich hol was beim Chines für den Preis für 30 Euro. Puh, ja. Ja. 30 Euro beim Chines, das ist doch billiger. Ne. Nett. Ah gut, wenn du, gut. Ich hol, also wir holen uns dann beide immer noch das Litchi-Saft noch, Getränk. Jo, wenn du das abziehst, dann vielleicht A 25 oder A 26 dann, ja. Oh, du weißt, Lache, das hat auch ganz schön aufgeschläht, so. Ich sag nochmal kurz zum Burger King. Also, da hab ich jo letztens für vier Produkte 19 Euro bezahlt. Aber man muss halt in Zusa, Stuttgarter Bahnhof, ja. Aber wenn ich mir überlehe, dass my Chili-Cheese-Nuggets 6,40 Euro oder 6,50 Euro gekostet haben, sechs Stück, find ich halt bodenlos die Frechheit. Ja, total. Das ist ja über ein Euro pro scheiß Ding. Und der Witz ist, für drei Euro, oder was kostet's denn? Ich weiß es jetzt nicht. Kriegst du die ganze Packung? Zwei Packungen dafür sogar? Ja, für 6,50 Euro, ja, krieg ich zwei Packungen. Und in einer Packung sind 20 Stück, glaub ich, drin oder so. Wenn ihr das mal überlegt, selbst wenn bloß Zähne drin sind, bin ich immer noch billiger. Ja. Also, das fand ich jetzt wirklich frech. Aber so roundabout, fünf Euro pro Produkt, vier hatte man, finde ich halt, aber wir hatten nur Schnack-Kram, ne. Also, es geht um sechs Chili-Cheese-Nuggets, sechs Onion-Rings, ein kleiner Cheeseburger, also den, ne, kennt doppelte? Ja. Also, Brot, also Elmholt-Pfleisch, ohne Portion Pommes. Zu zweit, man, uns das gedehlt. Boah. Das ist verrückt. Also, du kannst, ich hab nur zu ihr, ich hab zum, 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 zum die gesagt, ah ja, gut, wir snacken jetzt halt, ne, weil ein Mann kriegst du doch damit, du nicht satt. Ich war dann fertig, ich war da da, aber mit den drei, vier Sachen, ne. Aber der? Ah jo. Beständlich, also, was will denn der mit so vier, was will denn der mit Cheeseburger und vier Onion-Rings und drei Pommes dazu gefüllt? Der, das ist ja fett, so ein, ja, Snack. Aber gut, man hat halt so Hunger, aber, ähm, was hat man jetzt noch gesagt? Ne, ich hab gesagt, McDonald's und Burger-Kind kann man meiner Meinung nach nur gehen, wenn man Coupons hat. Ne, und die Urschlott noch, äh, und die Urschlott. Äh, Asiate, ja, also, bei uns ist arm, wir hatten ja früher dieses Buffet hier, wo man von der Arbeit auch bezahlt kriegt haben. Du waren kleine Teller, acht Euro oder so, oder noch günstiger. Wie hieß der noch, Hum? Äh. Ach, Asiate, Hung, genau. Ja, auf jeden Fall, und du wippst es, dann, was weiß ich, und der große Teller war KC Euro, das weiß ich. Aber du warst so, weißt du, du konntest halt scheppen, bis er voll ist. So die Kerle zum Beispiel, die händen sich dann so immer rund rumschlagen, ne? Ja. Ach, da geht mir was besser im Sack auf, gell, aber gut. Auf jeden Fall, und dann, jetzt ist es so, der kleine Teller kostet neun Euro, aber der kleine Teller ist ein Desserteller. Oh, krass. Und der große Teller ist halt ein Großer, und der kostet über 10 Euro, also ich kann es euch gar nicht sagen, also wenn es nicht sogar jetzt wieder aufgeschlagen hat. Ich meine, ich verstehe die Leute, jo, aber man muss halt auch die andere Seite verstehen. Nee, also, ich würd jo gern, aber wie soll ich denn das auf Dauer machen? Nee, vergess es. Jetzt überleg dir, Mo, du gehst jetzt jeden Tag im Büro für 15, 20 Euro was esse. Ach Gott, nee, du wärst jo arm. Aber du brauchst jo schon 100 Euro in der Woche, du bist jo 400 Euro los, nur für R-Gericht am Tag. Nee, boah, geht gar nicht. Ja, da redet man jo nur von 20 da, ne, net von Ende 30 oder 30, und dann ist das jo nur R-Este, du brauchst jo aber 2- oder 3-mal am Tag, was da ist, je nachdem, ne, also schon krass. Also, bei uns, beim Astiat, also wir holen immer bei diesem Kanton-Imbiss, wenn wir holen, und der Dommer, der isst immer so Hähnchen frittiert, so crunchy mäßig, ne, ähm, mit, glaub ich, gebratenem Reis esse der, und ich esse meistens a grossi Frühlingsroll, weil mir schmecken die Kleine net, ähm, die Vantans, die Gebackene, und Krabbechips holen wir immer. Und das war's, und das ist, das geht dann, also da sind wir vielleicht so mit unter 20 Euro dabei, also unter 20 Euro. Aber das liegt dort dran, ich esse halt nicht gern beim Asiaten draußen, ich mach's dann lieber selber, mir schmeckt das net. Aber so Frühlingsrolle und Vantan, sowas mach ich mir daheim net, deswegen ist es dann halt sowas, was ich dann halt dort bestell. Aber das machen wir auch ganz selten. Ja, diese Vantans, das ist ja sowas wie dieses Giosa oder Güte, oder? Ähnlich. Das sind wie so dreieckische Taschen frittiert, mittaglich gefüllt. Ah, okay, nee, das, was ich mach, sind so Teigtaschen, die rund, die, wo, wie so... Ah, Bausi, meinst du. Giosa steht in der Spruch. Ja. Also ich weiß nicht, wie es in deiner Spruch heißt, aber, weißt du, das ist halt immer so Hähnchen, eigentlich wie Frühlingsroll, aber in eine Teigtasche halt, und die ist wie so ein Halbmond. Bei der Chinese heißt es Bausi. Ah, ja, dann ist es das, ja. Ja, genau, das esse ich zum Beispiel gern, aber sowas kann ich ja nicht selber machen. Oh, meine Mutter macht das krass. Ja gut, aber ich bin ja ein Deitscheid. Ich glaube, ich würde mir die Finger schon brechen beim Deg zusammenkleben, ob oder das würde zum Schluss aussehen wie Vollidiot. Aber meine Mutter sagt, ja, musst du so machen. Ja, ja. Ich habe ein chinesisches Neujahr mit der, die gemacht. Glaubst du, was, das sind meine außer dir, die sind nicht schär genug. Die frittieren wir jetzt vor uns zum Essen, weil sie muss das akkurat haben, wenn die Leute kommen, und das blamiert sie sich. Oh Gott. Ja gut, aber ich verstehe es, Wischo. Ach komm, wie denn, ob die Falt da jetzt akkurat ist oder nicht. Ja, aber die ist wahrscheinlich von Kind auf so gedrillt, Wischo. Oh, hör mal auf. Ich kann nur nichts dafür, das ist ihr Tick. Das ist schlimm bei der. Ja. Aber es schmeckt super lecker. Auf jeden Fall. Ja, aber ich sag mal, was kannst du in Grünstadt ehrlich gesagt noch essen? Okay, ein Döner bleibt da noch. Aber das ist ja krass teuer. Also der Mersin ist so aufgeschlagen, der ist auf dem Höheflug. Also mir kostet es bei euch. Ich weiß ja, Tessi, was kostet es bei uns? Ich weiß ja, ich gehe eigentlich oft, wenn ich bei Benjamin bin, gehen wir immer zum Emek und da hat immer so ein Menü. Menü 1 ist ein großes Airsoft-Getränk, große Döner und mehr Pommes für 11 Euro. Das geht. Das geht. Und bei Mersin kostet alle schon bald der Döner, bald 7 Euro in Große. Also da muss ich dazu sagen, wir haben hier einen Mann, da kosten die auch 7, 8, 9 Euro. Krass. Wir haben aber einen Dönerladen. Und ich muss sagen, ich habe mich dummer so ein bisschen ums Pfleisch gekümmert. Also ich habe nur so Doku gesehen wegen Pfleisch. Weil mich haben jetzt schon so ein paar Mal meine Arbeitskollege gefragt, da gehen wir mal Döner und Döner und Döner. Und da war aber das Pfleisch, was ich dann gekriegt habe, immer wie so Stück Papier. Also so. Ja. Und das war dann so, wie hieß denn das? Du isst es dann lieber... Geschichtet. Nee, nicht geschichtet. Weil wenn es geschichtet ist, dann hast du eher so... Brocke. Fetze. Ja. Genau. Aber das war wie so... Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Wie wenn ich das Stückchen muss zusammenreißen. Ja, das ist... Und das Pfleisch ist halt wie so ein Deppich. Also gar nicht... Und da habe ich schon gehört, weil ich da eine Reportage dazu geguckt habe, weil das Döner, dass der Döner so teuer ist, da beschwert sich ja jeder drüber. Ja. Und da habe ich schon eine Reportage drüber geguckt. Und der Witz ist, meistens die, die hochschlagen, die haben dann so minderwertiges Pfleisch, weil das, wenn das so ist, ist das nicht immer gutes Pfleisch. Es muss nicht sein, dass es schlecht ist. Ja, weil das ist Hackpfleisch. So gepresstes Hackpfleisch. Ja, genau. Auf jeden Fall. Aber ich vertrate es auf jeden Fall nicht. Ich habe da jetzt meinen Döner, falls wir mal hier wieder gehen, weil die Jungs sind mal hier wieder do, sage ich, wir gehen in den Tasty, weil du kostest einen großen Döner mit Schafskäse. Und die machen gut Schafskäse drauf. Und das sind noch so welche, wenn die sehen, dass du das ohne Gemüse und so bestellst, dann dreht er sich um und macht noch eine Portion Pfleisch drauf. Ich will das als gar nicht. Das ist mir zu much. Ja. Das würde ich mir nicht so geschaufelt. Käse drauf machen, hätte ich persönlich mehr davon. Aber egal, er dreht sich rum und macht es nochmal drauf, weil der Döner da nicht voll genug ist. Und das sind 5,50 Euro. Aber es ist ein großer Döner. Es ist so. Okay. Also da gibt es auch kein andere. Du kannst leider kein Kleine, weil mir würde ich halbe lange so. Aber ich nehme dann halt, ich mache es dann immer so, ich esse dann die Hälfte und nehme das andere mit und esse es dann eine Stunde später, weil du kriegst meistens dann nochmal Hunger oder so. Ja. Aber es ist schon günstig, wenn ich das so vergleiche mit 8, 9 Euro und der andere Läde. Ja, beim Essen ist es aber so, wenn du dir Softgetränk holst, das kostet so kleine Dost bald 3 Euro und das kannst du nicht mal abgeben, das musst du fortgeschmeißen, weil es vom türkischen Lebensmittelladen ist. Echt? Ja. Als ich da draufgehe, da habe ich es aber schon bezahlt, 2,80 Euro. Verdus. Krass. Ja. Deswegen finde ich bei dem anderen, wo wir alles geben, beim Emek, dann günstiger für 11 Euro mit allem, mit Getränk und allem. Ja. Ja. Du brauchst ja noch Pommes. Ja. Also wenn wir Döner holen, dann holen wir tatsächlich bei mehr Sinn. Aber das kommt halt auch super, selten vor. Du, beim Mälken habe ich... Ja. Du, habe ich früher gern so... Ich weiß ja, ob ihr das schon mal gegessen habt, aber dem seid Dönerpizza, ist ja zum Neile. Nee, habe ich schon nie gegessen. Boah, das müsste... Also ich sage es euch, nehmt es mir einfach so spaßhalber von mir aus, wenn ihr zum Beispiel jetzt zu dritt sind, damit nicht nichts... Also ich weiß, falls jemandem nicht schmeckt oder so, aber das müsst ihr euch mal bestellen, weil das ist ja dann eine Pizza, aber das ist ja so türkisch gemacht und dann mit diesem... Mit dieser... Der macht dann... Also früher war es so, ob das jetzt noch so ist, ich weiß es nicht, ne, das ist schon 10 Uhr her. Dann hat er so dick die Soße drauf gemacht und dann konntest du noch ein bisschen scharf machen, je nachdem, aber das war so geil, dem seid Dönerpizza. Also so gut, die habe ich noch nirgends gegessen. Okay. Na ja, ich habe es schon nicht probiert. Also ich sage uns ernsthaft, wo du bei uns jetzt noch was holen kannst, das beim Globus eben bist, solange der Globus offen hat, da kriege ich Currywurst mit Pommes oder Flechkäsbrötchen oder halbes Hähnchen mit Pommes, glaube ich, gell. Aber ich weiß auch gar nicht, wie die Preise sind. Wo? Beim Globus. Ach so, ja. Kostest du noch ein Euro, das Flechkäsbrötchen? Ich glaube 1,50. Ein Euro? Nee, ein Euro. Ja. Ja, aber mit so einem, du kannst mit zweitem Pfund belegen. Ja, genau. Weil ich habe zu Döner immer gesagt, bitte schneiden Sie mir nur die Hälfte ab, weil ich uns muss brechen. Ja. Aber es ist egal, was du da holst. Wenn du so, der Fett, wo das wohl ich als manchmal so Spießbrot ist, genau so dicke Fetze. Er sagt, wie soll ich denn das essen? Er kriegt ja Maul sperrt. Dann schneidet er sich das immer, dann kriegst du das. Kann ich eigentlich davon, wirklich zweitem Pfund essen. Also wenn du eigentlich der F-Licht, Käsebrötchen holst du ein F- Spießbroteprötchen zum Beispiel, dann kannst du zweitem Pfund essen. Weil die Scheibe so dick sind. Also ich kann das F-Licht Käsebrötchen eh um zweitem Pfund essen. Nee, ich kann so dick, das ist eklig. Ja. Nein, ich lasse mir das immer dünn schneiden. Ich sage immer zu deiner Spahnsüßes, ich esse, sieh das Stück noch von mir aus. Mei, andere Däle. Als ich das geschafft habe, im Globus habe ich arg immer gesagt, oben ist manchmal so dünn die Scheibe. Ja. Also ich meine, man muss es ja loben, wenn nichts hat sich nicht verändert und ich bleibe dann gleich, ja. Aber es ist mir persönlich jetzt einfach too much. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir holen ganz selten Essen und weil das ist, schmeckt mir, also alles, was wir jetzt gesagt haben, kann man mal essen. Ja. Aber es ist nichts dabei, wo ich sage, oh, ich habe da jetzt voll Lust drauf, das ist so geil, ich muss das jetzt machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich nichts dabei. Also dann koche ich lieber selber der Ham oder wie gesagt, hol mir dann von mir aus noch irgendwo vorne die Pizza, weil ich, also weil ich esse so gern die, wissen wir, ob ihr die probiert habt, die Brezelpizza von Wagner mit vier Käse. Jessie, du musst schon probieren. So geil. Ja, Piccolinos gibt es auch, genau. Jessie, die muss schon probieren. Also die ist next level, wirklich. Ja, das stimmt, weil die Piccolinis waren schon so geil, aber bei uns gab es nur die Piccolinis, ich habe nicht gesehen, dass es das auch in groß gab, aber ich weiß auch mal in groß esse, weil du hast sie danach dicker belegt und so wahrscheinlich. Also in groß schmeckt mir sie besser wie die Piccolinis, muss ich sagen. Also die ist echt, richtig gut. Wenn die nett in der Werbung ist, kostet die 3,50 oder 4 Euro fast, aber die ist größer wie die Steinofenpizza. Also sie ist wirklich größer. Von Wagner oder was? Von Wagner ist die. Ja, muss ich mal probieren. Also ich muss auch sagen, am besten ist immer noch so, wenn ein Angebot ist, das ist jetzt dumm gesprochen, ich habe jetzt nicht so viel Platz, aber normalerweise hätte ich gerne so einen Kielschrank, wo ohne die Schublade hat. Aber normalerweise, ich sage das, wie ich es mache, das steht, wenn ein Angebot ist, zähle ich die Kohle für 20 Euro dann, oder 16 Euro, koste ich ja 60, 70, so je nachdem, wie gut du gerade bist im Kurs. Notiert ich mir die Hohle und steht es auch. Aber bei uns ist es halt, sagen wir so, es ist super easy, weißt du, also ich sage mal so, das Dominos, das gönne ich mir ab und zu, bin ich ganz ehrlich, aber das bestelle ich meistens, wenn ich so jetzt wie jetzt allein bin. Aber das ist zum Beispiel sowas, wo ich sage, so M um Jahr hätte ich auch Bock dazu bestellen, von mir ist 8, 2, weißt du, aber bei uns in Grünstadt ist nichts, wo ich sage, da habe ich jetzt Lust drauf. Puff, weck ich nicht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, außer der Video, schmeckt mir hier auch gar nichts, jetzt können mich alle hate. Ich finde, es gibt hier kein Restaurant, wo ich sage, hier schmeckt es richtig gut. Oder ich war noch nicht dort, das weiß ich nicht. Aber ich bin, muss auch dazu sagen, ich bin ja der Typ, der oft essen geht. Ich gehe super selten essen, weil ich das Essen nicht vertrage. Meistens kriege ich Bauchschmerzen, die Not durch diese ganzen Konservierungsstoffe. Und ich muss sagen, mittlerweile ist es hier noch schlimmer, dass ich sage, ich sehe es nicht ein, dass ich 30 bis 50 Euro bezahle und es schmeckt mir nicht. Und ich finde, es ist einfach viel zu oft der Fall. Also deswegen, also meine persönliche, wie gesagt, außer der Video, du kannst natürlich immer alles holen, das schmeckt immer klasse, bombastisch. Aber, also ich weiß ja, Jesse, du kennst besser aus mit Restaurants in Grünstadt. Was sagst du, wo kann man da essen gehen? Also wir gehen, wenn, gehen wir auch nur ab und zu essen. Wenn, gehen wir dann, wir waren jetzt letztens im Erodion, wo kannst du essen gehen. Also du schmeckst. So Hunger. Aber, äh, iss doch. Aber ansonsten gehen wir in Grünstadt Dings, wo essen. Weil wir jetzt auch die ganze Zeit über Essen erzählen. Außer zum Griechen, ja, aber ansonsten, aber wie du sagst, Ja, doch, der Griechen von Berg ist geil. Oder früher war der, ich weiß nicht, ob es sich erinnert hat. Der von Berg. Der von Berg. Der von Berg. Das ist auch so, das ist wie die Channel vorhin schon gesagt hat, Überraschungskiste, aber da gibt es noch andere Story, warum die jetzt gerade so lacht. Äh, das ist auch so, wie so Überraschungskiste. Okay. Also mir schmeckt es, mir schmeckt es, mir schmeckt es an Gewürze nicht dort auch. Ich lache einfach im Moment, wenn etwas Witziges soll. Es ist witzig. Das muss ich euch weder erzählen. Ja, ja, alles gut. Das Ding, mit dem auf dem Berg ist, ich weiß ja nicht, gefühlt wechselt ja dauernd irgendwie der Besitzer. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt Besitzer ist. Ich weiß aber, dass vor 20 Jahren oder so auch mal Besitzer waren, wo die Küche öfter mal zugemacht gekriegt haben. Also ich war ja so vor 15 Jahren, genau, ich bin jetzt, ich bin jetzt wie 30, so mit 16, 70 sind wir alles oft gern. Mein Freund zum Beispiel, wenn wir dann ein Date hatten, hat er mich auf dem Berg eingeladen. Aber ich muss mir vorstelle, ein Grünstatt mit 16, du isst das ja, wenn du dann auf den Berg essen gehst. Ja. Ja. Mit 16, muss ich ja auch mal so sehen. Also ich war ja mit 16 und der war 17 dann, da ist das dann schon was. Ah ja, na klar, vor allem auch teuer. Es war ja irgendwo noch ein Kind, Beide. Also das war schon schon. Und dann, ich muss sagen, also beim Griechen auf dem Berg, ich hab früher nie Peperoni gegessen. Ich bin ja eh nur so ganz komisch wie Maus, ne. Und seitdem mein Freund, mein damaliger Maus, es war mein aller, allererster Freund, der hat gesagt, stell dich doch nicht so ab, probier doch wenigstens mal. Das schmeckt dir bestimmt. Ich hab das Gessen wie im siebten Himmel. Peperoni, wo der Knobbelloch drüber ist. Ich hab gedacht, sowas geil. Und ich wirst dir, egal wo ich geh und steh, wenn ich auf der Speisekarte schon Peperoni seh, du jetzt aber im Altes Simpel, komm ich jo gleich nochmal dazu, aber, ähm, das hat jetzt auch nicht so gepasst, aber als Vorspeise hatte man doch auch Peperoni. Ehrlich? Ja, aber es war mir scheißegal. Ich wollte die unbedingt haben und Angelo wollte aber keine zwei Vorspeisen bestellen. Und dann hab ich gesagt, ja, also entweder die Pilze oder die Peperoni. Dann haben wir uns auch geguckt, Peperoni. Obwohl ich ja da gerne die Pilze gehabt, bin ich ganz ehrlich, aber ich wollte jetzt nicht so aufgeschreiben, sei wie ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfehle der Grieche und zwar der TSV in Speyer. Der ist nämlich mit den Preisen nicht aufgeschlagen, dafür hat er schon Werbung gemacht, Anfang des Jahres. Und bei dem, finde ich, schmeckt's wirklich super gut. Also ich esse meistens so einen vegetarischen Vorspeiseteller. Du isst dann so frittierte Aubergine drauf, frittierte Zucchini, verschiedene Feta-Dips. Boah, was ist denn da noch drauf? Schafskäse. Sind die Zucchini und die Aubergine sind in so hauchdünne Scheiben frittiert. Dann esse ich das auch. Das ist geil. Das hab ich auch schon mal gegessen. Also du gibst, der Deller ist immer voll. Und das Geile bei dem ist, der hat einen Mittagstisch. Da gehen die Lili und der Hefe immer. Du kriegst ja eine Suppe. Dann ein Hauptgericht. Zum Beispiel isst du Achtruf Gyro, so die klassische Sache. Und als Nachspeise kannst du da entweder einen Espresso aussuchen oder, das macht der immer, wenn du bei dem Essen gehst, kriegst du so einen Teller in die Mitte gestellt mit griechischem Feigeeis. Das lässt du extra aus Griechenland kommen. Und Früchte der Saison. Also jetzt im Winter kann es aber sein, dass es Dosefrüchte sind, aber im Sommer zum Beispiel Wassermelon oder so. Und es ist kostenlos. Das kriegst du gerade. Das kriegt jeder gerade sie gestellt. Und du kannst natürlich auch ein Uso haben, wenn du willst. Wir trinken jo, Kenner. Und ich glaub, den Mittagstisch will jetzt nicht lügen, ob der 15 Euro kostet oder 16 Euro. Dann kriegst du das auch alles. Und oben, das kostet halt normal. Dann kannst du aber dann auch Gyros mit Metaxasauce und was weiß ich alles essen. Und kriegst du aber immer diese Nachspeise umsonst. Wow. Kann ich aber nicht da. Und es ist so richtig urisch die Wirtschaft. Also muss ich mir vorstellen, so wie früher der Video bei der TSG. Also es ist wirklich so auch so urisch noch eingerichtet. Aber ich finde halt das Preis-Leistungs-Verhältnis passt einfach, weil wie gesagt, da die Preise gehalten und die Portionen sind auch groß. Also für mich sind sie so groß, deswegen esse ich immer diesen Vorspeiseteller. Und deswegen will ich auch gar nicht zum anderen kriegst, weil ich hab schon gesehen, du zahlst bald fährst Pflege jetzt 30 Euro. Wenn der Gyros echt oder so. Also wenn ich zum Krieche gehe, dann esse ich meistens eh, ich lasse mir das immer gleich bestellen. Ich sage zudem, ich brauche keinen Vorspeis. Die Peperoni und den Schafskäse können sie gerade zusammenbringen als Hauptspeis. Ich esse das dann mit einer anderen. Also wir waren mal bei einem anderen Kriech eingeladen zum Essen. Ich bin wirklich verschrocken, weil Gyros sagt mir ja, ist ja so das Billigste, Ja. so ein Döner und da war wirklich alles bei 30 Euro. Also nicht genau 30 Euro, aber 25 Euro, 26, 27, 28 Euro. Also schlimm. Jenny, die nehmen mir mittlerweile für Peperoni 11 Euro. Boah. Naja, also du, beim Erodeo, ne? Schlimm. Beim Erodeo, oder was? Naja, du hast den alten, also das Gyros, wenn ich, stell dir mal so ein Gyros, das Gyros drauf und dann so die, die Röldeo, die, äh, Hackfleisch-Röldeo sind das drauf und das letzte Mal war noch, äh, so gemischte Teller, was hab ich denn bezahlt? Ich glaub 120 Euro. Ja. Ne, weg. Ne, ohne in der Stadt. Ah, der ist aber auch nicht schlecht, da hab ich auch schon, also ich weiß halt nicht, bei mir ist das halt alles von 10 Uhr ungefähr, müsst ihr rechnen, wenn ich von Grundstadt beziehe. Okay, was ich auch nicht so schlecht fand, war die Italia-Pizzeria mit dem Steinofe, die machen ja im Steinofe die Pizza. Ja, das sind ja auch noch geblieben vom Preis her. Also das find ich auch nicht schlecht, aber wie gesagt, ich geh halt in Grönstadt und Essen. Geh dir überall für eine Dankstelle, Milano oder Mileno. Ah, Milano. Milano, ja. Gäb's das noch? Ja. Ja, das gäb's noch. Ah, das fand ich Amo-Zeitlang nicht so schlecht. Also klar, wie, ha? Hey, Aladin. Ha? Äh, der, der, der lungert als was da rum, aber klar, weil die Heizung ist hier, jetzt kommt der gleich, ich geh das mit der Heizung. Ähm, also du warst mal früher Anreizmodo, ging's noch, aber ich weiß halt, ach, die Preise, du nimmst mir, du hast schon, glaub ich, für Regattoni, wie beim Video, 6, 7 Euro oder so bezahlt oder das halt 8 gewesen sein. Ja, Milano ist ganz okay, aber... Ja, das Problem bei den Leuten ist einfach, weil, wie du sagst, Amo ist es so und Amo ist es so. Und das ist das Problem. Du bin nicht dann eher bei so Kette, die Hände ist dann schon irgendwo fertig, wobei, die Dominos, denkt man jo, der ist fertig, das ist aber nicht so, ne? Wie? Das ist nicht fertig, das belehnt die dir jetzt noch. Ja, 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 das weiß ich. Das hab ich aber erst gedacht, ich dachte, das ist alles fertig. Aber die Schnecke, glaub ich, das ist schon fertig, das können die dann so platziere wahrscheinlich und los. Aber wie gesagt, ich, deswegen bestell ich am liebsten bei so Kette, wenn ich dann bestell, weil du weißt, ich zum Beispiel, bei Mac is weißt, okay, das Schlimmste, was mal passieren kann, es ist schon ein bisschen eu getrickelt und die Pommes sind lau. So. Aber wenn du schon drauf eu gestellt bist, weil ich zum Beispiel, ich bin jo, ich hab jo bei Mac is gearbeitet, ich weißt jo dann, wenn die knatschig sind, ich kenn das da nicht anders, also doch, ich kenn's schon anders, aber ist für mich okay, ich lieb das manchmal sogar, wenn die so knatschig sind. Aber nee, schau dich mal. Ja doch, ich bin aber halt McDonald's durch und durch. Ich bin nur halt, ich hab zwischenzeitlich nur Ketchup im Blut, das sagen die über sich selber, die hohen Tiere. Okay. Die haben Ketchup im Blut. Aber ist egal, auf jeden Fall, du bin ich dann eher so der Mac is Typ oder so, aber deswegen, du kannst mich dann drauf euch stellen, aber wisch, wenn ich dann so bei einem geilen Italiener bestelle, wo ich genau weh, boah, zum Beispiel, wenn ich jetzt beim Video bestelle, und ich stets da nicht so kriege, ich meine, wenn du mir vielleicht ein bisschen Salz und Pfeffer fehlt, aber wenn es so insgesamt Läppsch oder sowas schmeckt, da denke ich mir halt, jo, wie du dann sagst, ich hab das gescheiter selber gemacht. Aber wo bei uns auch noch das Beliebte ist, ist, glaube ich, dieses Didier, ne? Ja, da gehen auch ganz viele hier. Ja, stimmt. Aber das ist ja mehr so Burger, Club-Send-Tit, mehr so cool-mäßig, oder? Ich war noch nie dort. Ja, da gibt's auch so, da waren dann, ich glaube, schon vererbt, als wäre diese Bowls so, die Salatbowls, so alle voll in, dann haben die alle Leute dann, aber das, ja, wir haben da auch schon gegessen. Da muss ich mir ein bisschen nur um Trend gehen, ne, so ein bisschen. Aber es ist ja eher so trendy gemacht, dieses Didier-Ding. Oder? Also früher war es so. Ja, es hat sich nicht verändert von innen, Also ich muss sagen, ähm, in Otter, jetzt muss ich überlegen, Otterbach, glaube ich, ist ein Italiener, der ist echt gut. Der ist auch von den Preisen geblieben. Also die gehen wir als, wenn wir mit meinem Cousin gehen, und die haben echt auch eine gute Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich auch in Ordnung. Genauso muss ich sagen, finde ich das Porto Vecchio in Speyer. Man muss dazu sagen, das Porto Vecchio ist ja direkt am Rhein. Also am Sommer kannst du direkt auf den Terrasse hocken, auf den Rhein gucken. Aber, also ich weiß jetzt nicht, wie es dieses Jahr ist, weil dieses Jahr war man tatsächlich gar nicht dort. Aber vor zwei Jahren und das Jahr davor waren wir als immer dort und da habe ich als eine Dorade gegessen. Also es war so eine ganze Dorade, so ein ganzer Fisch. Und dann haben die das auf Spaghetti, Frutti de Mare, Nest, haben die die Dorade so draufgestellt. Also es sah echt super aus. Und für ein Anführungszeichen nur 25 Euro ist es echt okay. Ja. Andererseits habe ich dort auch, ich glaube es war 22 oder 23, weiß es nicht, einen Tomatesalat bestellt. Und du lacht der Hefe halt noch drüber an der Dommer, weil es waren wirklich sage und schreibe acht Scheibe Tomate. Die waren so eine ohne gelegt. Ich glaube für acht Euro. Was? Ja. Das war brutal. Also das war frech. Das war echt krass. Aber ich finde eh, die Salatpreise sind schon krass geworden. Ja. Ja, alles allgemein, finde ich. Ich finde das so, Einmal zum Thema Esse gehe, finde ich ganz schwierig. Heute sind da, nicht weil ich nicht will. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich bin eigentlich jemand, früher, Jenny, gewisch, früher habe ich geheult, wenn mich jemand, wenn mir jemand abgesagt hat. Heute bin ich froh, wenn sich keiner, also das ist jetzt Arschquatsch. Ja. Aber so auf die Art, ja. Aber wie soll man sich das auf Dauer noch leichte? Ja. Also nicht einmal die Woche für 60 Euro Esse gehe. oder mein Partner. Ja. Machen wir auch nicht. Das sehe ich gar nicht Ei. Ja genau, das sehe ich gar nicht Ei. Also das ist auch gar nicht Bäs gemeint. Aber ich sehe das schon seit Jahren nicht Ei, weil wie gesagt, es schmeckt einfach nicht. Es ist teuer und es ist immer teurer und schmeckt nicht. Ja. das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht Ei. Also hier zu den Locals in Mannheim kann ich noch sagen, wir waren doch jetzt am Wochenende in dem Alte Simbel. Mhm. Also das soll eigentlich, glaube ich, deutsch sein, aber das ist so ein bisschen gemischt. Aber, also ihr müsst euch vorstellen, das ist so richtig, ich würde sogar eher sagen, die Richtung Pelzerkisch so. Mhm. Also es ist jetzt, also zum Beispiel gibt es so Schweinshaxe mit Sauerkraut. Ich hatte zum Beispiel einen Pelzer Deller, für alle, die nicht wissen, was das ist, eine Brotwurst, einen Sauma und einen Leberknopf mit brauner Soße und Zwiebelchen oben drüber, so geschmorte. Und dann, aber es haben die anderen, die haben so klein gehackte Zwiebeln geschmort. Das ist keine Schmurzwiebel, du musst eigentlich Ringe schmoren. Ja, ja. Aber egal, die wissen es vielleicht auch nicht besser. Auf jeden Fall, und dann ist so noch Sauerkraut dabei und normalerweise, glaube ich, bei einem richtigen Pelzer Deller ist eigentlich Sauerkraut und Püree dabei. Sag mal, wenn ich falsch lege, aber kann ich dann wählen, ich esse so Sauerkraut und Brot oder Sauerkraut und Püree? Sauerkraut und Brot kenne ich. Gut, ich kenne es noch mit Püree, aber alles gut, es war Brot dabei, aber du hast dann auch gemerkt, okay, das sind keine Deutsche, so, weil du gabst dann ein Stück Weißbrot, so Baguettebrot. Oh, nee. Also, weißt du, eigentlich gehörte zum Pelzer-Teller, so Urkornbrot oder so, so knackige Scheibe, randmännig außenrum, also das du hast dann schon gemerkt und ich bin ja aus der Pelzer-Gastronomie bei Eltern hatten ja zwölf Jahre Wirtschaft und ach, mit Pelzer-Küsch. Also, ich war ein bisschen enttäuscht, aber eigentlich schmacklich habe ich noch gedacht, also für die Leute, die jetzt so drumherum waren, es waren dann lauter Asiate und ein Deutsche noch, The Crack, aber der ist Bayer, ähm, für die war das jetzt mal witzig, so das Domo mitzumachen, ne, so, weil ich konnte dann erklären, okay, es ess mal so oder es ess mal so und ess doch lieber das und ich konnte es dann halt dann noch erklären und so, aber es war sehr, sehr gut, ich würde auch definitiv, wenn der, wenn der Angelo jetzt sagt, wir gehen am Freitag wieder dorthin, den ich noch mal hingehe, aber wenn dann mein Leverknopf kalt ist, den ich was sag, aber, weil der war jetzt leider kalt, aber alles gut, es war super viel los, das Ding ist auch gerammelte voll, also falls du jemanden von euch mal hingehen will, auch von der Community, vorher auch rufen, weil du gehst die Däner und die sagen schon, hallo, hallo, haben sie reserviert, also das Ding, ich schwörs euch, das ist so lauter drin, also es ist richtig wie eine Wirtschaft, aber es ist echt, also es ist wirklich schön, es hat auch Spaß gemacht, diese Schweinshaxe, das war so groß, für 80 Euro, also es war so hax, mit Sauerkraut und Brot dazu, also das fand ich jetzt wirklich, und ob es die Krustemandel, und ich schwörs euch, Leute, es war allein schon der Knoche, es war so ein Knoche, also das war so hax, alles hat sich wirklich rentiert, und mein Däner zum Beispiel, hat glaube ich 18, 19, also ich weiß nicht, die Hax hat 17, 19, und ich glaube, meins war ein Euro teurer, aber wenn du dir überlegst, das war auch ein großer Däner, also von der Portion her, weil ich musste noch herschenken, ich habe in alle Richtungen dann verschenkt, weil mir so viel war, aber ich meine eh so, überall, jeder hat mal probiert und so, aber wie gesagt, also das Restaurant kann ich wirklich wärmstens empfehle, Sauerkraut-technisch ist es jetzt auch nicht so mein Fall, aber ich bin nur auch wirklich pingelig, wenn es um mein Sauerkraut geht, ist es mild Dessert und ein bisschen Brie hinein, das ist bei uns, wie habe ich gesagt, Juliung, ja, also was ich zum Beispiel auch enttäuschend fand, war in Mannem, weil du gerade sagst Mannem, das Blockhaus, furchtbar, echt, also ich war mal in Frankfurt, das war saugeil, ich war auch mal in Frankfurt, das war besser, du hast recht, aber ich war nur letztes Jahr, und, also ich weiß noch, früher, nee, das hieß Hot Blockhaus bei uns, das hieß Maredo, also nee, das wo ich jetzt bin, das hat Blockhaus gehiesse, wo ich letztes Jahr war, nee, das, ich war nicht in Maredo, ich war im Blockhaus, echt, in Mannem, wo ist denn das, also, nee, wo ist denn das, geil, das ist, achte, bei der Kuh, wo du gesagt hast, also wir haben im Kuh sieben, also in dem Sender geparkt, und dann ist das, ich glaube, das ist eine Idee von dem Sibbel, was du gesagt hast, in so einer Seite, Strohs, ja, weil das, weil, weil das Maredo ist gerade ein zweiter, deswegen, ja, ich weiß, nee, nee, wir waren im Blockhaus, ja, voll cool, ja, aber ich kann es halt empfehlen, in den Fressgas, ja, ich kann es halt empfehlen, also weil, ich erinnere mich noch, in Frankfurt waren die Steaks richtig groß, ja, und dort waren sie voll mini, wirklich, also die Portionen waren richtig klä, ich sage mal so, für mich hat es jetzt gereicht, aber, also bei mir ist es so, ich kann keinen Vorspeis essen, und ich kann meistens, obwohl ich lieb Dessert, aber ich kann nämlich essen, weil ich meistens Babs satt vom Hauptgang bin, und dort haben wir alle ein Dessert gegessen, weil, also ich sage mal so, bei mir war noch Platz, und die anderen waren ohne Garantie nicht satt, also so klä, weil die Portionen, für aber der Preis, für den Blockhaus, ne, also du kostest dir dann einen Teller, 25 bis 30 Euro, wenn es reicht, ich wollte gerade sagen, wenn es langt, je nachdem, wenn du das T-Bone-Steak bestellst, fangst du bei 25 Euro, echt was will ich auch, also es war gar nichts, also muss ich ehrlich sagen, hat mir gar nicht gefallen, also ich war mal in Frankfurt, und da habe ich auch so, also ich hatte auch ein kleines Steak, schon oder so, und ich wollte eigentlich dort hier, wegen der Kartoffel, wegen der Ofenkartoffel, und wegen diesem Knobibrot, Knobibrot, ich habe so zu kaufen, im Kaufland, habt ihr das schon mal gekauft? Ne. Oh, ich schwöre euch, das ist original wie dort. Ja. Ich sagte, jetzt müsst ihr euch kaufen, also vergesst diese Mecklescheiße, sorry, aber vergesst es einfach, holt euch das. Ja. Ja? Ich weiß, es ist ein Tick teurer, aber es ist auch wirklich geiler, wenn man auf einem Knobibaguette steht, dass du bei Schnei und das, also es war so, ob das jetzt noch so ist, ich weiß nicht, ich habe das jetzt aber auch schon nicht mehr gegessen, Weil ich komme nur ja nicht hin, und ich glaube, ich müsste mal gucken, ob es das überhaupt bei mir im Edeka gibt, weil bei Edeka gibt es auch manchmal so Schneekram. Also das war wirklich, wenn du neidisch bist, bist du da gelaufen, sonst liebst du, ne. Okay. Also ich muss sagen, da war ich super enttäuscht, und was ich euch auch nicht empfehle kann, was viele sagen, finden die voll cool, ist Mason's Taste the World. Das gibt es hier in Lautronsterbrücke, auf jeden Fall. Und zwar ist es so, du kannst dort einen Tisch reservieren, ich glaube, du darfst nicht länger sitzen wie zweieinhalb Stunden, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, du hast eine Karte, und da gibt es von der ganzen Welt Essen, aber es sind immer nur so Mini-Portionen. Und ich glaube, du zahlst 49 Euro nur fürs Essen, wenn mich nicht alles täuscht. und da kriegst du ein Tablet, aber halt nur ein Tablet, und alle sechs Minuten darfst du pro Person ein Essen bestellen. Aber wie gesagt, ein Essen ist wirklich so klar. Und das Ding ist, eigentlich denkst du, das ist so Erlebnis-Gastronomie, was man mal mit Freunden machen kann, gemütlich und so, aber das Ding ist, es ist total ungemütlich, weil du die ganze Zeit nur denkst, wann sind die sechs Minuten rum, und was bestelle ich? Weil du auch im Hinterkopf hast, du darfst nur zwei Stunden hocken. Also ich fand das gar nicht gut. Das Essen, es war okay, sagen wir es mal so, der Dommer hat nur Currywurst bestellt, weil dem nichts anderes geschmeckt hat, gefühlt, und Burger, glaube ich. Also das kann ich wirklich auch nicht so empfehlen. Aber was ich muss... Das ist wie beim Sushi-Mensch, du. Ja, wie beim Sushi, oder bei den Allstate, da fahren Schiffscher oder so Deller. Ja, das ist besser. Ja, genau, dann bezahlst du halt pro Deller, dann sollen die Kerne 49 Euro nehmen, aber dann kannst du auch hocken, wie du willst, weil dann kannst du das ja immer runternehmen, wirst du? Genau, das stimmt. Dann ist es fair, aber ich finde jetzt für zwei Stunden 50 Euro pro Person, roundabout, und dann hast du... Das war sauteuer. Aber ohne Getränke, ne? Ja. Ohne Getränke. Musst du noch extra bezahlen. Und dann, wie ist es denn, die Jessie fand das ganz cool, wir wollten, haben nur überlegt, ob wir hier gehen, dieses Petit Chef. Ah, ja, ja, ja. Warst du das schon, Moshalima? Wissen das? Oder hast du das gehört? Ich glaube, Speyer soll jetzt auch eins sein, ne? Ah, du geh mal nicht hin, Schalima. Das kostet 130 Euro. Ja. Ach so, ah ne, dann nennen wir mich nicht mit. Ich geh da auch nicht hin. Warum? In Speyer gibt es das aber auch eins, Jenny, ne? Ja. Als Petit Chef? Ja, du musst mal gucken, und zwar ist es so, das ist ein Tisch, und der ist aus, wie ein Bildschirm, und dann laufst du einen Film auf dem Tisch, also wie, glaube ich, irgendwie so, ein Tier kocht dann das Essen, was du esst. Also das muss, irgendwie soll das 4D-Erlebnis sein, so irgendwas. das ist bestimmt so wie Ratatouille, dass da die kleine Maus dann dir das Essen kocht. Ja, so überschneiden. Ja, genau. Und dann kannst du aber auch nur Menüs aussuchen, also du kannst halt zum Beispiel vegetarisch nehmen, oder vegan, oder halt Pfleisch, Fisch, was weiß ich, und dann kriegst du halt wie viele Gänge, aber 130 Euro finde ich halt schon krass. Ah, dann guckle, weil du bist ja ein bisschen. Ich nehm's auch, ich weiß nicht, ich war noch nicht dort. Ach so. Also das bezahle ich nicht, I'm sorry. 130 Euro pro Person. Wir haben nämlich geguckt, weil wir wollten, mit der Jo hatte man überlegt, ob man da hingehend beim Junggesellerabschied, aber da hab ich gesagt, ne, also Jessie, man weiß, ob das überhaupt schmeckt, kann mir ja auch keiner sagen. Ja gut, ich denke, was du halt mitzahlst, ist der Dich, ne? Ah jo. Weil der ist ja so, wenn du immer was treust an deine LEDs, du kostest dir ein LED dann wahrscheinlich auch schlecht voll Geld. Ja. Aber das finde ich halt auch. Also was ich hier früher, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, früher aus eurer Mannheimer-Zeite, du gabst, ich weiß ja auch gar nicht, ob es das noch gibt, ich müsste es gucken, das Enchilada, du waren alle, ach ja, Ich fand das von Heim ins Enchilada. Ja, das, ja. Oh mein Gott, was ist denn das? Und da war ich Elmut Dott und da hab ich so, wie heißt denn das? Quesadillas oder sowas. Und gestern einfach nur wo Schinken, also Chicken und Wischel, weil ich hab ja nix großartig, so mit Chemies und alle Fortslang und whatever. Auf jeden Fall, dann war ich dort net falsch verstehe, hat saugut geschmeckt, aber ich hab mir gedacht, jo, das war jetzt das Enchilada. Ich fand's auch total überbewertet. Ach so, es ist richtig, Wart ihr da auch? Ja, da war jeder, weil das war mo' zeitlang richtig der Hype. Kennt ihr euch noch erinnere, früher in Lautre, im Einsiedlerhof, du gabst noch diesen Chicken, ach Gott, wie hieß denn das? Du gabst noch KKFC bei uns, also das ist schon, nee, 30 Jahre, aber 20 Jahre her. Weißt du noch, Jessie, was ich mein, so Clenny Boot und du gabst dann, wie beim Kentucky Fried Chicken, so frittiertes Hähnchen und Maiskolbe und so. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie das hieß, aber du hast du mir, es war so Clenny Boot, du hast du mir früher als Moji, weil KKF Chicken gab. Ah, ernst muss ich sagen, das ernstliche Restaurant, wo ich finde, wo man hier bei uns in der Gegend gut essen kann, ist die Chicken Ranch in Möhlsheim. Weißt du, du Schildrömer? Ja, ich glaube, du machen die Hähnchen mit dem Teig. Finde ich lecker, hast du nicht? Nee. Was? Guck mal, mit voller Überzeugung. Nee. Schmeckt dir das nettes Hähnchen? Doch, aber, äh, ja, ich kann schon mal essen, aber so war ich das letzte Mal mit euch. Ja, ich auch. Das ist schon fünf Jahre her. Ja, gut, ich sag mal so, wenn wir durch hier gehen, ich esse halt immer nur das Hähnchen und wie du sagst, das ist dann alle vier, fünf Jahre mal, weil öfters kann ich es auch nicht essen, weil es so fettig ist, aber der Dommer, der esst andere Sachen und der sagt, die schmecken. So Schnitzel und sowas. Hab ich auch das letzte Mal gegessen. Ja, das hat nicht geschmeckt. Ich war noch nicht dort, aber ich hab davon schon gehört. Also das ist, ich finde, die haben auch ein schein Terrasse, da kann man auch schon sitzen. das Panorama ist wirklich. Kann man aufs Zellertal gucken. Das finde ich jetzt so als gut bürgerlich deutsche Küche, nicht schlecht bei uns hier in der Umgebung. Ich überlege gerade, äh, was ist denn Mannheim? Ich finde, in Mannheim schmeckt mir es gut bei der Kuh, die lacht, der Burgerlager. Du weißt noch nicht. Du musst mal hin. Das ist echt, da gibt es in Heidelberg und du in dem Kusiv oder wie hieß denn das, der Sender du. Also das finde ich echt gut. Finde ich sogar besser wie Hans im Glück. Die ist doch pleite. Okay, dann muss ich es mal probieren. Was, Hans im Glück ist pleite? Ja, die haben es doch, glaube ich, entweder die Kuh, die lacht oder Hans im Glück ist, äh, was pleite, nicht, aber äh, um irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, Hans im Glück gibt es, glaube ich, nämlich. Doch. Aber die Schalima geht doch immer bei Hans im Glück. Ja, ich gehe jeden Dienstag oder kommt immer drauf an, ins Hans im Glück. Und es gibt es auch Hans im Glück. Keine Ahnung. Vielleicht die Kuh, die lacht, die Una geht. Die Una geht. Keine Ahnung. Irgendwann ist für deine Beete. Julien, Julien war hier, wisst ihr noch, wo ihr früher geparkt habt, do im Saturn? Ja. Und das war jetzt abgerissen, oder ist sie schon die ganze Zeit. Ja. Und bevor die dort irgendwie auf die Schnapsidee kommen sind, do alles wegzumachen, do muss, do war irgendwas, das hieß die fette Sau oder so, fette Wutz oder sowas. Ah ja, du hast recht, also du stehst dauerhaft geschlossen. Bei Hans im Glück. Nee, bei die Kuh, die lacht. Kuh, die lacht. In Frankfurt. Ah. Ah ja, doch, in Mannemar. Ja, du hast recht, das gibt's gar nicht mehr. Da war's, die Kuh, die lacht. das ist in Hans im Glück. die lacht, Insolvenzverfahren. Ah, da war's das. Genau, nicht Hans im Glück, sondern die Kuh, die lacht. Sorry. Okay, dann kann ich ja nicht mehr probieren, leider Gottes. Aber, wie gesagt, diese fette Wutz, das muss auch voll gut gewesen sein, aber die haben sie ja schon umgestoßen, in dem Sinn, dass sie die ja rausgejagt haben. Aber ich hab das auch jetzt nicht mehr gefunden. Die sind auch nicht umgezogen oder so. Ich weiß nicht, ob das eine Kette ist, ich müsste mal googeln, die fette Sau oder fette Wutz oder irgendwie so hieß das. Und die Schulen haben gesagt, das hätte so gut geschmeckt. Echt? Ich war doch nie, weil bis ich doch hier, also bei mir ist das ja immer so, wie ihr, also wenn ich immer kommt, dann war ja Corona und das und blau und dann wurde das ja schon abgeriss. Hm. Oder was heißt abgeriss? Hier hättest du alles ausgelagert und jetzt hast du ja gesagt, du warst vor kurzem immer du, jetzt ist ja abgeriss teilweise, gell? Ach, Ah, ist schon weg. Okay, gut. Ich war schockiert. Das ist ja seitlich schon. Tessi war schon mal ein Mann. Ach Gott, wie ich war es letztlich mal ein Mann vor fünf Jahren. Ich war ja mit ein schönes Brautkleid holen. Ja, aber da bin ich schon in der Saturn. Ach so. Also vor fünf, ne, in einem Jahr, ja, aber, äh. Also ich war mit der Jo, das Brautkleid holen und der Dommer hat es rausgelassen beim Engelhorn, ich bin richtig verschrocken. Das Trendhaus ist komplett abgerissen. Engelhorn-Trendhaus, ja. Dann da, wo der Kaufhof früher drin war, komplett abgerissen, das ganze Gebäude. Ich bin richtig, ich bin verschrocken. Ich glaube, das hat das Wetter, Entweder ist der Saturn noch schon abgerissen. Mit dem Saturn weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob der abgerissen war. Ja, aber nicht, der geht glaube ich auch noch ab, weil die mussten ja auch ausziehen. Deswegen sind die uns Q6, Q7 und haben durch jetzt Mediamarkt Saturn gemacht. Ah ja, mhm. Gut, die sind jetzt eh zusammengekommen. Also ich war richtig geschockt. Ich war vor fünf Jahren das letzte Mal mal mein Brautkleid, also mal gekauft und war das letzte Mal in Mannheim, in der Stadt, in der City. Ja, ich war mit der Jo jetzt das letzte Mal. Brautkleid hole. Ah, aber was ich sagen wollte, kennt ihr Hans im Glück, ach, nicht Hans im Glück, Hänsel und Gretel. Das ist auch so ein Burgerlade, wie Hans im Glück, auch so Kette. Habt du gehört, ja. Es gibt es in Lautre, ich weiß nicht, es gibt noch ein paar andere Städte, wo weiß ich nicht, aber Dokena Mohiki das ist auch süß gemacht. Das ist wie so, wenn du neigst, wie auf einer Almhüt gemacht. Also auch innen so dekoriert, mit so Kühen und so. Also weggeschärr gemacht und die haben richtig coole Shakes, ach, wisst ihr, so Milkshake, wo dann noch so, wie soll ich das sagen, wie so Zuckerwatte drauf ist oder so, also ein bisschen fancy. Also das ist ganz cool. Was ich halt im Hans im Glück so geil finde, aber ich war noch nicht drauf, sind diese Schaukle da. Ah ja. Ich kann nicht gerne auf diese Scheißschaukle. Ja? Ja. Weil ich die voll süß finde, irgendwie so. welche, wenn du einen Cocktail trinkst oder so und dann schwingst du doch ein bisschen von A oder B. Also die bewegen sich nicht. Die schwingen ja nicht, die sind ohne Orgelkette, die schwingen sehr dick immer vor uns zurück. Also kann ich jetzt nicht so oder so. Ja. Aber ich würde so gerne auf diese Schau, ich weiß auch nicht, wieso. Ich finde es so süß, wenn du dann nur so ein Bild machen kannst, Ja, stimmt. Aber es ist mir nicht gegönnt, alles gut, ich muss mal gucken, es war mir bis jetzt noch nicht gegönnt, vielleicht gehe ich mal auf die Schaukel. Wie findet ihr eigentlich Sam Kuhlmanns? Ah, das ist ein Lauter, gell, das ist deiner, gleich am Anfang. Ja. Also das fand ich früher, wenn wir da alles waren, ich kann jetzt halt nämlich aktuell mitsprechen, weil wie gesagt, C.O. fand ich es eigentlich immer super lecker, aber ich glaube, es gibt auch bessere deiner. Oder? Also die Meinungen sind echt geteilt, also mein Cousin zum Beispiel find es total furchtbar. Ich finde es gut, der Dama find es auch gut. Also es ist so, so waren wir früher, wenn wir laut runterwegs waren. Ja. Also ich glaube, bei uns, du im Kevartal, Mhm, da war mir Armo. Gegenüber vom Rott, gegenüber vom Rott, dass ihr eine andere Straße seid, das ist ja so blöd zu fahren, und ich gucke, dass du richtig abbiegst, dass du auf die richtige Zeit kommst. Du war eins, aber wie hieß das? Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber du war mal Armo. Ach, aber es ist ähnlich, nicht cool, Benjamin Steiner. Benjamin Steiner. Benjamin Franklin oder sowas, ja. Benjamin Steiner, ja. Benjamin Steiner, das ist es genau. Das ist sowas auch gut. The Franks hier in Mannheim ist auch, also der ist auch ziemlich aufgeschlagen, aber bei denen muss ich halt sagen, ich sag es dir so, wie es ist, wenn ich dort hingehe, zahle ich den Preis auch gern, weil, bei dem ist es wie beim Video, egal wann ich dort vorbeiläufe, ah Senora, hallo, kleine Frau, weißt du, und dann macht der so mit mir, und hallo, weißt du, du gehst allein schon, und geh rein, weil der weiß, egal in welcher Hohfarbe ich bin, der weiß immer, wer ich bin. oder zumindest ist es ein Standardsatz, hallo Senora, weißt du nicht, weißt du, vielleicht ist das auch beim Video, danke gut, sagt er zu jedem, aber jeder fühlt sich dann total super toll, weil der Video da die Handgap hat, und er dich nochmal gedrückt hat. Ja. Weißt du, so, also ich weißt ja noch, wenn wir als beim Video waren, so war ja für mich alles, wenn der Video dann gut gesagt hat, und mich gegrüßt hat, und dann, die Kinder kriegen ja immer Kistja, und alles, weißt du, der ist ja so, total familiär und so, also da hab ich, das war voll das Highlight, beim Video, und du ist so, beim Franks ist das auch so, bis sie, weißt du, der macht dann und so, aber die sind auch super nett, aber, und das, was halt so cool ist, der hat halt immer bis fünf, also ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber früher war es so, ja, der hat immer bis fünf, und der Mann schläft die Stadt ja eigentlich nicht, wobei seit Corona ist echt krass, du schläft die Stadt ganz schön, weil du isst nichts mehr mit Donnerstag, Freitag, weißt du, selten, aber dann war es immer so geil, weil du konntest dann, egal wann, du noch, wenn du noch hot warst, konntest du halt nochmal geil, in meinem Fall, ich esse halt gerne Regattoni, ihr wisst es, ihr habt es ja alles mit zubereitet, äh, mit ein bisschen Kost, und, wisst ihr das noch? Mit was? Ich habe auch gerufen, Regattoni, Alforno, mit ein klein bisschen mehr Soße. Ja, 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 auf jeden Fall, und dann ist es halt voll geil, wenn du was getrunken hast, du kannst noch Regattoni Alforno essen, oder Pizza, oder so, jetzt, wie gesagt, weiß ich es nicht mehr, ob der noch immer, bis fünf Uhr auf hat am Wochen, also der hat immer so spät auf. Ja, ich kenne das auch, als After-Hour-Lade. Gell? Ja. Ja, ihr wart ja bestimmt im Ritz und so. Ne. Im Ritz. Wo ist denn das? Wir waren im Broadway, oder im VIP, hieß es früher. Ja, VIP. Jessie, weißt du nicht mehr, ist Broadway, JMFM-Partner? Doch, doch, ja, ja. Wo ist denn das? Am Main-Markt-Geländer. Am Main-Markt-Geländer ist abgebrannt, das gibt's nicht mehr. Ach so, und das andere da, das VIP? Boah, das war, wo war denn das, Jessie? Orange Club hieß es dann, ja. Ach, VIP, oder beim Käfer-Tal, ja. Ja. Ähm, und wo war man noch, in meinem? Ich war nur Ammo, da und dem Tiffany, war ich nur Ammo. Speed. Ah, und das Viet war mal öfter, ja. Also in diesem Tiffany-Club war ich, glaube ich, ach, Ammo, nur zehn Minuten oder so, und sind wir da wieder raus, weil... Ah, und früher war mal als, war doch irgendein, irgendwie... Nee, in der Cockpartie. Feuerwache. Ja, alte Feuerwache. Am Connex natürlich. Connex, Du warst ja Stammgast. Mit Drum and Bass. Ja, okay, wart ihr nicht da, als wir im Zimmer? Doch. Mhm. Doch. Wir waren im Loft. Das ist so tief, ohne irgendwelche... Ein Loft ist so Ludwigshafen. Und wir waren auch da hinne, Jessica in dem Lagerhaus. Mhm. Und dort ist, meine ich doch, auch das Zimmer, wie Patrick sein 30 Stück gefeiert hat. Das Zimmer ist mit in der Stadt. Ach ja, 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 doch, ne. Ah, ne, das heißt Anasch. Ich vertausche das grad. Das Zimmer ist, das Zimmer müsst ihr euch vorstellen, ihr geht die, ihr geht die Freskas. Die Freskas grad, 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 und irgendwann, wenn du mal rechts nunnerbiegst, das ist das Zimmer und du musst dann aber nunner. Das ist ohne irgendwo im Keller. Ich glaub, da war ich nur, ey, Mo. Ne, wie hieß denn das, wo Patrick gefeiert hat? Das war einfach nur so ein großer Raum, Hall, oder nicht? Ja, wo das Lagerhaus ist, das ist bei der Insel, die Friesenheimer Insel, dort kann das sein. die kenne ich mich nicht aus. Ach, doch, die retten von Ludwigshafen, das Techno-Ding. Nene, das Loft. Ah, genau, ich hab gedacht, ihr meint das Loft. Ach, das andere, wo waren wir da, als ich mal gewessen Ludwigshafen? In Ludwigshafen, im Excelsior, meinst du dort, Nee. Excelsior? Nee, 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 wie hieß das, wie hieß dann das? Im Ludwigshafen. Das war auch so ein Verranst, das war einmal drum und bass. In Lu? Ja, Nee, nee, du meint das, was ich meinte, das war ein Mann, neben dem Lagerhaus. Ich weiß, was ihr meint, Route 7. Nee. Im Siebeners meinte ich. Siebener, ja. Aber das Route 7 ist genau nebensum. Ah, okay. Aber Route 7 ist, äh, aber du hast mir das Ding, 7, das hab ich gesucht. Oder war früher Siebeners Route 7? Das kann auch sein, dass es früher so war. Und das Ding ist, du hast nämlich auch Drum and Bass, äh, wie hieß denn das alles, du, das Afrobeats-Zeugs, du. Jungle. Happy Breakbeat, ja, Jungle. Wie hieß denn das, du, Reggae, Reggaeton, und wie hieß denn die ganze Konzerte, die du noch dazugehören? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Du, genau. Ja, ja, Siebener, ja, jetzt weißt du, wo wir sind, das ist aber, ach, welcher Lagerhall, das ist Neckarstadt, Hetschf, Neckarstadt, Westenberg, wäre alles gut gewesen. Nee, Lagerhaus hieß das, da war früher immer die Boogie Bar. Boogie Bar hab ich auch schon, das ist doch hin und noch. Ja, die Boogie Bar war immer, das war so, Freitags, glaub ich auch, bestimmte Freitage, und es war Haus, das waren die Anfänge von Haus, eigentlich, kann man sagen, oder Jess? Mhm. Jess. Du, 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 du. Es war noch Zeit. Studio, Studio, Studio. Oh, wow. und dann sind ja immer, Jause, Jause, Jause. Also, nur solche Opende, bin ich dann eher von der Neckarstadt durch die Mittelstroß gelaufen, an der, an der, an der alte Feuerwache, an den, Magis, weil der hat ja bis um 5 Uhr, 6 Uhr auf. Ne, wir sind eigentlich zum Götz, gell? Ja, zu Götz, der hat schon auf. Ne, wir sind zum Götz, oder McDonald's, wie du sagst. Oder ganz, ganz früher, die Tracker. Die Tracker. Wo es bei McDonald's Frühstück, diese Bagels gab. Och, ja. Boah, die waren geil. Du gabst mit Philadelphia, eine Kooperation, und es waren Bagel, belegt, also mit Philadelphia Käse. Und ich habe immer dann vegetarische gegessen. Das war einfach nur Philadelphia mit Tomate und Salat und so ein Bagel halt, so ein bisschen cross. Und ich glaube, der hat damals gerade nur 3 Euro gekoscht, das ist ja halt. Boah, der Bagel, ja. Wisst ihr, was ich bei Magis vermisse? Und das ist zeitnah weggegangen, wo ich dann dort auch Schichtführer war, deswegen ist es super schade, weil ich glaube, ich hätte mich so dumm und dämlich drauf gefressen. Sagst du euch so, wie es ist? Die Sweet McRiddles. Was sind das? Das sind so kleine Pannkischelcher, und da waren so Punkte Ahorn, die sind, und da gab es für mich ach, den McRiddle mit Egg oder so, weißt du, du war dann aus, nee, Country McRiddle hieß der, du war eiflich, und es war aus, das siehst, und innes, also, ne, das war auch geil, aber die Country Mc, also diese McRiddles, die gab es auch einzeln, immer so im Zwerpack oder so, ich glaube, für einen Euro. Ich kann es dir nicht sagen, aber wie ich dann Schichtleiter geworden bin, oder wo, da gab es das schon gar nicht mehr, weißt du, noch nicht so lange, hä? In Amerika gäbe es aber noch Sweet McRiddles, aber bei uns gäbe es das nicht mehr. Das ist so schade, ich verstehe gar nicht, wie kann man so blöd sein, den, wer das rausgenommen hat, den möchte ich gerne mal sehen. Ja, genau, aber ich habe auch gesehen, früher gab es auch beim Burger King so kleine Pancakes, mit Ahornsirup zum Dippen, das war dann so ein Zehnerpack oder so, oder was weiß ich, und dann hattest du so einen kleinen Ahornsirup-Dipp, so wie die Currysoße, sowas, nur als Ahornsirup, dann hattest du so Stäbchen halt drin, dann konntest du halt so essen, hatten die irgendwann auch rausgeholt, wirklich, ja, egal. Also ich muss sagen, das Ähnliche, was ich bei Meges als gern, ich esse hier wirklich gar nicht gern Meges, also Meges noch schlimmer wie Burger King, aber Burger King auch nicht so, aber ich mag das, wenn die diesen, ähm, Mini-Kammerbeer do haben, die gebackene Kammerbeer, so die Kammerbeerecke, oder? Ja, oder ich mag es, wenn sie die Garnele haben. Ja, mit Cocktail-Dipp, oh, ja, aber die hatten Amo, richtig geil, Schrimps mit Sesam-Dipp, und der Sesam-Dipp war so geil, ich hab niemals gedacht, dass mir das schmeckt, aber, ich hätte es so, Läffle kenne, oh, ich hab gesuchtet, ja klar, wenn du dann das schaffst, ne? Ah jo, das stimmt. Oder wisst ihr, was bei Meges auch geil ist, und wenn du du selber arbeitest, kannst du das ja ein bisschen anders belegen, oder ein bisschen doppelt, ähm, diese McToasts, gibt's das überhaupt noch? McToast mit Schinke, McToast mit Käse, ja, stimmt, Käse oder Schinke, Das ist irgendwie anders da, also das, und das war aber früher so, Teigtasch so geklappt, ja, genau, ja. Kann sein, dass das jetzt anders ist, aber da war dann immer nur so zwei Streifen Bacon und N-Käse, und zum Beispiel, wenn ich mir das ja selber gemacht hab, hab ich da immer Eigenkreationen mit so Deluxe-Sauce noch, und dann Doppelt-Käse, viermal Bacon so gefühlt, weil ich hab die Tasche richtig voll gemacht, damit es mal gescheit war. Willst du denn nur mit zwei Streifen Bacon so machen? Aber bei dem Toast fand ich auch immer geil, dass der Käse so richtig geil knatschig war, das hat mir gefallen. Ich hab meistens immer nur den mit Käse gäst, ohne. Ich muss dazu sagen, das Einzige bei Meckes, was ich sagen kann, ist, der Hamburger oder der Cheeseburger, die schmecken mir, aber weil das für mich einfach so nur Kindheit schmeckt. Das war der erste Hamburger, den ich gegessen hab, eigentlich ist der ja voll eklig, ne? Wie du sagst, der ist voll knatschig, das Brot ist so wehig, dann der Käse da drauf und die Zwifel, aber für mich schmeckt das nur Kindheit. Dann hast du bestimmt auch im Happy Meal entweder einen Hamburger oder einen Cheeseburger, ne? Ja, Hamburger eigentlich immer. Und ich hatte zum Beispiel in meinem Happy Meal schon immer Nuggets drin, deswegen für mich war dieses Burger-Thema noch nie so krass. Gut, jetzt wo ich ja erwachsen, die Frau bin, ich bin ganz ehrlich, also einen Cheeseburger fang ich mir doch gar nicht auf, weil ich denke dann immer, komm, wenn ich schon Kalorien rein knall, dann fang ich direkt bei mir Doppelcheese auf. Aber ich muss da auch sagen, ich seh's auch nicht, euch fasst dasselbe Preis, für Ess so Stück Pflicht zu bezahlen. Und wie ich dir vorhin schon gesagt hab, oder beim Burger King, du isst dir dann so Stück Pflicht und das Problem ist halt, dieses Brot isst du dann, du hast schon mehr Brot, wie alles andere. Ja. Ich muss auch dazu sagen, das ist vielleicht auch mein Kindheit, eure bisschen Schuld, wenn meine Mutter Brote geschmiert hat, war du immer mehr Belag wie Brot. Bei mir auch. Bei uns auch. Wenn ich so was kriege, wo du doppelt so viel Brot isst, das hasse ich doch. Ich auch. Ich hasse das auch. Also ich, wenn, oder kennt ihr die Leute, also manchmal ertappe ich mich ja, also ich muss auch manchmal aufpassen, aber wenn ich mir so Salami Brot mache, nur mal Beispiel jetzt, und das sind so kleine Salamis, die sehen aus wie so Wölkscher. Mhm. Oder Blümelscher oder so, ne. Und dann muss ich so echt gucken, wenn es jetzt so Brot ist, dann mache ich zum Beispiel eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs oder so, weißt du, also schade, schön toll. Und am besten, oder ich spare dann halt manchmal, und lege ich an manchen Stellen, aber doppelt, damit ich ein bisschen mehr habe, weil weißt du, heute ist ja nichts mehr in der Verpackung drin. Ich sage euch, in deine Wölkscher-Dinger, also wenn du das sechsmal rausnimmst, dann wäre es so ein größeres Brot. Sie hilft schon fort. Ja, genau, dann ist der halbe Display, weil das ist ja wie so ein Display, ja, ist ja schon leer. Ich schäme mich dann immer vor meinem Freund, weil der war, weißt du, ich denke mir dann, ja, der wird sich auch denken, die verpresse Kuh, weißt du, ich kann nicht nur wie normal auf die Salami aufs Brot legen, nee, die muss gleich doppelt Belag. Aber weißt du, es schmeckt halt auch so gar nicht. Ah ja, klar, schmeckt anders. Ich bin es halt gewähnt als Kind, dass du viel Belag drauf isst. Also bei mir muss sowieso Brot, muss erstmal Schäbbutter drauf. Ja, genau. Also nicht dick, ich mag das auch nicht, wenn das so richtig dick ist, aber bei mir müssen alle Ecke ausgefüllt werden, weil wenn du da mal Brot machst, dann macht der Mann schmuss so und dann gibt es Ecke, da ist keine Butter drauf. Oh, hasse ich. So lichte Stelle. Ja. Oh, geht gar nicht. Nee, also bei mir muss das einmal von hinten bis vorne Schäbemme bestrichen sein. Wenn ich Leverwurst esse oder Mettwurst, dann muss die schon so dick drauf sein. Ah jo, schon schmeckst du nix. Schon schmeckst du es gar nicht. Ja. Also da machst du halt immer, du bist so eklig, wie kann man so dick die Wurst essen? Ja klar, schon schmeckst du auch gar nicht. Das habe ich auch gerne auf dem Brot essen, das habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Fällt mir jetzt gerade auch, weil du sagst mit der Wurst, Tee-Wurst, Feini. Ja, die esse ich gern. Mir sind Mettwurst dazu, Feini-Mettwurst. Ja. Ach so, okay, ich meine die Tee-Wurst. Ja, die esse ich auch gern. Aber ich esse ja auch super selten Brot oder Brötchen, sowas haben wir ja gar nicht. Deswegen ist es für mich dann einmal Highlight. Aber apropos Brot, muss ich dazu sagen, ich finde auch, die Bäckereien sind unverschämt teuer geworden. Boah. Also mein Liebermann. Was kostet mittlerweile so Urkornbrot zum Beispiel so großes? 5, 6 Euro. Ah ja, okay, dann ist wie bei uns, Alter, aber über Ledermob, bei mir im Lieberservice, kostet 750 Gramm Brot so gemacht wie Urkornbrot und ich kriege sogar noch geliefert, ne, dieses Flink, du. Ja. 5,50 Euro, das geht ja da noch. Ja, das geht ja noch. Ja. Die liefern sie noch, ne? Das geht ja noch. Also das ist ja auch, auf, ich hab schon gedacht, das ist da ja, aber du dachtest, okay, du hast eh ein Aufschlag drauf, weil die das hier liefern und so. Ich war am, wo wir in, auf dem Success Day waren, hab ich zum Doma gesagt, du haltest jetzt doch beim Götz, wir holen uns doch jetzt was für auf die Hand, weil Gott sei Dank, weil dort hat ja dann ein doppeltes Toastbrot 8 Euro gekostet, wenn du doch hast, wolle was essen, und dann haben wir halt doch was schon vorher was geholt beim Götz. Da hat ich, ach, ich weiß gar nicht, vier belegte Brötchen vielleicht und noch ein Brezl und ich glaub, das waren 14 Euro. Boah. Ja. Ja gut, aber die Urschel isst doch auch gern so Kammerbärbrötchen hattest du mal, glaub ich, mal vertreten, Urschi. Vom Götz. Irgendwas mit der Kammerbärbrötchen oder so, gell? Vom Götz, ja, das gibt's beim Götz. Ja, oder vom Barbarossa de Cherramont, aber da sind nur drei Scheiben drauf, aber der Götz ist eigentlich der billigste an belegte Brötchen, weil ich hab mir mal beim Schal hab ich mir mal belegtes Brötchen geholt, hatte auch so Kammerbärbrötchen oder mit Käse, vier Euro. Hab ich gesagt, was? Aber das Kammerbärbrötchen beim Götz kostet auch vier Euro. Ja? Ja. Aber ich muss dir zusagen, die machen schon ein bisschen dicker drauf und du wirst davon weg, ich sagst. Also es ist schon groß. Also ich muss sagen, was echt gut ist, auf den Geschmack hat mich der Dommer und der Hefe gebrochen, ist das Handwerkerbrötchen. Das ist einfach Flechkäs, also dünn, so Flechkäswurst kostet mit Gurke, saure Gurke mit so einem weißen Brötchen und das kostet glaube ich zwei Euro fetzig oder achtzig. Also das ist das günstigste. Aber es schmeckt echt gut. Ich hätte es auch nicht gedacht. Aber mit der Gurke da. Mhm. Die Gurke raus, er reißt es raus. Ja. Oh ja, ich weiß es auch nicht. Aber wisst ihr, was auch pervers ist? Ich weiss nicht, bei euch esst ihr normale Butter oder gesalzen? Normal. Normal. Ich esse alles nur noch mit gesalzener Butter. Ja. Das gibt volle Kick, ey. Nee, das mag ich nicht. Weil wenn ich dann mal was Süßes essen will, kann ich das mit dem Salz nicht haben. Doch, weil, weißt du, wieso, wenn du mal so ein Hotelabbrötchen essen willst, das ist der erste Oberturn, sag ich mal. Da hat man ganz die Zeit, da war es noch letztes Jahr im Winter. Da hat sogar mein Arbeitskollege zu mir gesagt, du bist ja pervers, lass das mal. Du weißt schon, wer, das ist ja krass, irgendwie so, also hat der Text gesagt pervers, aber das ist ja krass, das ist aber gar nicht gut für dich oder irgendwie so. Ich meine, ist ja nicht, weil er schon zum Beispiel du das Salz ist Butter, ja, also wie oft du dann am Tag Salz zu dir nimmst, der ist ja nicht außer acht los, das muss ich halt schon beachten und dann natürlich dick der Nutella, ne, klar. Also ich muss sagen, die Salz ist Butter, welche wirklich gut schmeckt, das ist die von Präsident, weil du isst in die Salzkörner noch so dick, also wenn du drauf beißt, du machst das noch so, so Ding und das mag ich aber tatsächlich beim Rackletz zu der Gequälte, wenn man die Ohrbe auf dem Rackletz so auch grillt. Das schmeckt gut. Ja, also ich, also wie gesagt, ich glaube, mehr ein Kerrygold, so streicht, oder ja, immer das, wo was im Angebot ist. Ja. Genau, also wir holen immer so streicht, zartige Salzen dann, aber ich muss sagen, also du musst ja ehrlich dazugeben, die Phase, wo ich das gegessen hab, ich weiß auch nicht, was da mit mir los war, auf jeden Fall, aber da hab ich wirklich auch dick die Butter, weil wenn, also auf ein Nutella-Brötchen mach ich dicker die Butter wie auf ein normaler Brötchen. Ich esse Nutella-Brötchen ohne Butter. Ne, mit Butter. Mit Urschuld. Mit Butter. Mit Butter, das ist der Geschmack. Mit Butter. jawohl. Doch, also es ist voll der Turn, aber das ist, aber ich weiß nicht, guck mal, wie ich, ich schwör's dir, wenn ich nur drauf denke, an diese salzige Butter, drehe ich voll durch mit diesem Blick drauf und ich hab nämlich nichts so, ich könnte es jetzt gar nicht machen. Das einzige Nutella drauf, den ich jetzt echt durchdrehe grad. Ihr müsst es mal probieren, also Uschi, probier das mal. Magst du Salzkaramell? Ja, also Salted Caramell mag ich schon, ja, aber es ist so. Ja, aber klappt mal, es dir wird dir so toll, aber wenn du original Nutella hast mit Salzbutter, das wird dir schmecken, wenn du auf Salted Caramel stehst, dann bist du auf diese salzig, extrem süße, ist dein Kopf programmiert, will ich was ich meine? Vorbereitet. Aber ich hab das salzige schon, weil manchmal mach ich mir auch Brezle mit Nutella. Was? Stimmt, das hab ich auch schon gemerkt. Doch, das ist voll gut. Oder so, Stangen. Nee. Doch. Bei aller Liebe nicht. Also ich muss dazu sagen, ich has sowieso laugebäck. Der Dommerliebe, ich mag das gar nicht. Ich mag eine Käse-Stange, eine lauge Käse-Stange, die esse ich dann so, wie sie ist. Einem liebchen mit viel Käse. Oder ich esse auch Butterbrezel, aber das war's. Ich will keine laugebrötchen und den ganzen Kram, das will ich alles nicht. Und sogar nicht Nutella. Du gibst doch, wie hieß denn das, wo man die Pizzas da am Bahnhof holen kann? Ähm, Backfactory oder so, nicht? Ditch. Beim Ditch. Ach, Ditch, Ditch, Ditch. Du musst immer gucken, du gibst nämlich, das weiß ich nämlich, welche von der Darlene, wo ich mal bei Derre war, wegen dem Kader, welche, wo es hier gebrannt hat und alles. Da sind wir ja meins immer so los, früh losgefahren und dann hat gerade am Hauptbahnhof in Ludwigshafen, hat das Ditch dann immer gerade aufgehabt und hat seine Sache und es war ja dann alles noch low warm. Mhm. Oh mein Gott, weil du sagst Käse und Lauge, ich schwör's dir, du gibst eine Cheddar-Cheese-Bretzel. Und die machen jo, die lehnen jo Scheibe drauf, ne, und die fangen ja dick bei dem Ditch, also das muss man dann jo lassen und du musst dir vorstellen, du isst dann wirklich auf der Brezel und wenn du die jo noch low warm kriegst, ne, ich hab gedacht, ich sterb. Also wirklich geil. Ein Cheddar-Cheese-Bretzel ist richtig geil. Okay, das muss ich mal probieren. Ja, also das Beste ist halt, wenn du wirklich irgendwie mo am Flughafen oder irgendwo bist, wo das dann erst aufmacht, dann musst du's holen. Weil wenn das noch low warm ist, ach Gott, ist das geil. Und zum Laugebäck, ich lieb das, du gibst so vom Edeka, ich glaub sogar von der Eigenmarke oder so, du gibst so kleine Laugebäck, das sind dann so fünfmole Stang, fünfmole ein Knoten und fünfmole Brötchen oder so. Mhm. Ich kauf das eigentlich nur wegen der Stange, wegen der kleine. Aber gut, in letzter Zeit hab ich's jetzt auch schon lange nie mehr geholt, weil wenn du so Zehnerpäckchen Brezel kaufst, kostet zwei Euro und das blöde scheiß kleine Gebäck vier Euro oder fünf Euro. Okay. Ah ja, weil's halt klar ist. Ja. Also ich denk, vom Inhalt her wird es selber sein, aber es ist auf jeden Fall teurer und ich denk, weil das halt, also auf jeden Fall zwei Euro, vier Euro kostet auf jeden Fall, weiss ich. Weil das ist nicht so dann druckig, oder? Nee. Also wenn ich das kleine Laugebäck mach, weil das find ich so geil, also die Brötchen lasse ich meistens laie, wenn dann, ich lieb die Knoten, weil ich die dann immer so komisch auseinanderziehe, ne, ich nehm so immer nur so Stick dann vom Knoten oder halt die kleine Stange, die find ich halt total toll und ich ess das dann einfach mit Butter. Ich tu mir dann so einen kleinen Rang Butter abschneide und stupst das so dann also mal rein. Aber mich dürfte auch keiner beobachten, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn du dann so einen Stups Butter drauf gemacht hast und dann tu ich das wirklich so, wenn das jetzt ein Stück von der Stange ist, ich tu das wirklich mal rein, dunkel, dann geht da mal ein großes Breckel ab oder so, aber ich hab wieder ein Stück. Aber wenn mich so einer sieht, da denk ich bestimmt, oh mein Gott, wo steckt die das alles hin, weil vom Fettgehalt her, jo. Jo, also doch, guck mal, ich hatte, früher hatte ich diese, wie hieß die, Alsahn Butter, du? Mhm. Alla, da hab ich bestimmt vorne so einen Rang abgeschnitten, Emokrat, nur ungefähr so zwei Stückchen Gebäck. Aber wenn's schmeckt. Ja, total, manchmal hab ich da auch noch Salz, aber jetzt bin ich auf die Idee gekommen, warum kauft man sich nicht gleich salzige Butter? Ja. Ich glaub, wir machen mal Schluss, weil ich glaub, wir babbeln echt schon lang. Also ihr merkt schon, Essen ist unser Thema. An der Stelle sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und schreibt uns gern unsere Restaurant-Tipps rein. Wir hoffen, unsere Tipps waren hilfreich. Servus. Und Susan geht.